Mhhmmmm, moin hinterlo und auch herzlich willkommen zu einem Video, jetzt mal wieder noch längerer Zeit. Und zwar stelle ich heute jetzt hier in diesem Infovideo das neue Kanalkonzept vor. Ab dem 18.8., wie man eigentlich schon oben sehen sollte. Also ab dem nächsten Montag. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange an. Und zwar kommt jetzt immer am Montag, Mittwoch und am Freitag das erste Hauptprojekt. was momentan Skyrim ist und zwar habe ich mir da so eigentlich die Faustregel erstellt immer so zehn Minuten lang aber ja ich denke mal so plus minus zwei Minuten wird es immer sein deswegen also das erste Projekt Skyrim Montag Mittwoch Freitag ungefähr zehn Minuten lang dann Dienstag und Donnerstag das zweite Projekt bis das sein wird das werdet ihr dann ja schon sehen ab nächsten Dienstag und das soll dann immer so ungefähr 15 Minuten lang sein also man merkt schon dreimal zehn Minuten zweimal 15 Minuten halbe Stunde deswegen auch zweimal Hauptprojekt und nicht Hauptprojekt neben Projekt ja das soll sich eigentlich recht stark ausgleichen und ich wollte jetzt kein Projekt nehmen das jetzt mehr bevorteiligt ist weil ich eigentlich beide Projekte gleichstellen wollte und dann am Wochenende kommt erst mal samstags ein ja random Video auch so ab 15 Minuten irgendwas ja das kann entweder Smash sein Fizz Smash oder Let's Random irgendwie sowas keine Ahnung Rage Jump also da habe ich jetzt so freie Verfügung habe ich mir einfach hingestellt für den Samstag und dann für den Sonntag noch Abschluss der Woche ein Nebenprojekt was momentan ja Oblivion ist und das geht dann immer so ja ab 20 Minuten soll das Nebenprojekt dann am Sonntag gehen was dann natürlich keine halbe Stunde ist deswegen Nebenprojekt weniger als die beiden Hauptprojekte ja und alle Projekte kommen dann jeden Tag um 17 Uhr also keine verschiedenen Seiten sondern immer 17 Uhr jeden Tag jedenfalls wenn alles so funktioniert wie ich das gerne hätte und dann würde ich sagen bis zu dem nächsten Montag der dann ja schon ein paar tagen ist weiß ich genau ich denke mal das ist dann in ich denke mal das Video kommt am Mittwoch raus also Mathe ja in fünf Tagen genau so also dann bis in fünf Tagen bis zum 18.8. wo es dann wieder aktiv weitergeht mit den Videos Momentan kam ja nur das 1 Jahre Special dann doch der dritte Neovlog auf dem Kanal Herr Nevoq Sollt ihr auch mal vorbeischauen da kommen jetzt auch mal wieder Videos und Neovlogs werden es auch vielleicht mal hier kommen warum seht ihr dann da auf Herr Nevoq und ja dann würde ich mal sagen wir sehen uns dann am Montag hoffentlich jedenfalls dann bei Skyrim und danach bei einem anderen Projekt das dann auch noch kommen wird es wird nichts komplett Neues sein aber in dem Sinne schon ein neues Projekt aber nicht ganz immer ja es ist so ihr werdet es schon sehen ja und ich sage dann zu guter Letzt bis dahin und Ciao